Hans! Schicke Uniform. Das hat er nur für mich gemacht. Du bist jetzt also der Held von der Maria, ja? Das wird sich noch zeigen. Ich werde dich jetzt erstmal aus dieser Gesellschaft hier befreien. Entschuldigung? Komm, wir gehen feiern. Nee, lass mal. Das Entscheidende, das mich durch mein Leben bis heute begleitet, ist das sichere Wissen, dass bei aller Unmenschlichkeit, die über die Welt kommen kann, es dennoch immer noch Menschen gibt, die sich ihre Menschlichkeit bewahren. Es ist unsere Aufgabe als Gesellschaft, dafür Sorge zu tragen, dass diese Menschen die Mehrheit bilden. Das bedeutet, dass wir uns bewusst machen müssen, dass jeder Mensch gleichberechtigt ist. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe.